Grüß euch. Heute zeige ich euch ein paar Eindrücke aus meinem Garten. Die Nektarinenblüte ist schon fast vorbei. Die Riebiseln sind gerade voll in Blüten. Das Mackekraut wuchert schon ohne Ende. Der Rhabarber gibt auch sehr bestes und wird bald einmal zu einem guten Kuchen verarbeitet. Die ersten Erdbeeren blühen. Die Bienen haben eine Freude an meinen wilden Rasen. Aber vor allem möchte ich mich bei meinen Zuseher bedanken, die ihr Interesse gezeigt haben. Und ganz besonders möchte ich mich bei meinen Abonnenten bedanken. Ich wünsche euch heute noch einen ganz schönen Tag. Schuss Deutsch 1 Spannender Haner 0 Bill